Führerschein Klass B46 Frage Eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht, mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden, um den Gehweg zu erreichen. Wie verhalten Sie sich? Ich halte an und schalte die Warm-Blink-Anlage ein. Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. Ich hupe und fahre um die Person herum. Antwort Ich halte an und schalte die Warm-Blink-Anlage ein. Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. Frage Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen? Dem Kind Dem Mann Der Frau Antwort Dem Mann Frage In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. Wie müssten Sie reagieren? Bremsen Weiterfahren Ausweichen Antwort Bremsen Bremsen Frage Die Straße ist auf einem kurzen Stück vereist. Was sollen Sie hier möglichst vermeiden? Lenkbewegungen Beschleunigen Bremsen Bremsen Antwort Lenkbewegungen Beschleunigen Beschleunigen Bremsen Bremsen Frage Worauf müssen Sie sich einstellen? Frage Dass der LK-Fahrer plötzlich auf die Fahrbahn springt Das plötzlich Gegenverkehr auftaucht Das Verkehrszeichen durch den LKW verdeckt sind Antwort Das sich Ihr Bremsweg durch Feuchtigkeit und Laub verlängert Das von rechts ein Fahrzeug kommt Antwort Das sich Ihr Bremsweg durch Feuchtigkeit und Laub verlängert Das von rechts ein Fahrzeug kommt Frage Wie verhalten Sie sich jetzt? Gleichmäßig weiterfahren Nach links ausweichen Verzögern und Bremsbereit sein Antwort Verzögern und Bremsbereit sein Frage Dürfen Kraftfahrer beim Führen von Kraftfahrzeugen während der Probezeit unter der Wirkung alkoholischer Getränke stehen? Ja, bis 0,3 Promille ohne alkoholbedingte Fahrauffälligkeit Ja, bis 0,5 Promille ohne alkoholbedingte Fahrauffälligkeit Antwort Nein, in keinem Fall Antwort Nein, in keinem Fall Frage Frage Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linkserbiegen einhalten? Die linke Die rechte Antwort Die linke Frage Wann müssen Sie vor einem Bahnübergang warten? Wenn ein Bahnbediensttäter eine Weißrottweißelferne schwenkt Wenn rotes Blinklicht aufleuchtet? Wenn sich die Schranken senken? Antwort Wenn ein Bahnbediensttäter eine Weißrottweißelferne schwenkt? Wenn rotes Blinklicht aufleuchtet? Wenn sich die Schranken senken? Frage Welchen Fahrzeugen müssen Sie das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen ermöglichen? Schulbussen Taxen Linienbussen Antwort Schulbussen Linienbussen Frage Die Ampel zeigt grün Sie wollen rechts abbiegen Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten? Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen Zügig vor den Personen abbiegen Die Personen durch Hupen warnen Antwort Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen Frage Frage Über welche Telefonnummern können Sie nach einem Unfall mit Verletzten die Polizei und einen Not- oder Rettungsdienst erreichen? 0130 110 oder 112 Antwort Antwort 110 oder 112 Frage 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 Aus einem unmittelbar vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug wird Ihnen eine rot-leuchtende Winkelkelle gezeigt? Was bedeutet dies? Sie werden aufgefordert, abzubiegen Sie müssen das Zeichen nicht beachten Sie müssen dem Fahrzeug folgen und hinter ihm anhalten Antwort Antwort Sie müssen dem Fahrzeug folgen und hinter ihm anhalten Frage Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen? Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen Antwort Antwort Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Frage Welches Verhalten ist richtig? Ich muss warten Der gelbe PKW muss warten Antwort Ich muss warten Ich muss den roten PKW vorlassen Ich darf als erster fahren Ich muss die Straßenbahn vorlassen Antwort Ich darf als erster fahren Frage Was müssen Sie bei dieser Linie in der Fahrbahnmitte beachten? Sie dürfen die Linie nicht überqueren oder über ihr fahren Sie dürfen die Linie nur überqueren, wenn es der Gegenverkehr zulässt Sie dürfen die Linie nur zum Überholen überqueren Antwort Sie dürfen die Linie nicht überqueren oder über ihr fahren Frage Welches Verhalten ist auf Straßen mit solchen Schutzstreifen für Radfahrer richtig? Ich darf den Schutzstreifen zum Parken mitbenutzen Ich darf den Schutzstreifen in keinem Fall befahren Ich darf den Schutzstreifen bei Bedarf befahren, wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist Ich darf den Schutzstreifen bei Bedarf befahren, wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist Frage Wie fahren Sie umweltbewusst? Antwort Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen und unnötiges Abbremsen vermeiden Frage Bei schneller Autobahnfahrt platzt ein Reifen an Ihrem PKW Wie verhalten Sie sich? Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten Warmblinklicht einschalten und Warmdreieck aufstellen Sofort Vollbremsung durchführen Sofort Vollbremsung durchführen, anschließend auf den Seitenstreifen wechseln Gas wegnehmen, wenn nötig gegen lenken und vorsichtig abbremsen Antwort Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten, Warmblinklicht einschalten und Warmdreieck aufstellen Gas wegnehmen, wenn nötig gegen lenken und vorsichtig abbremsen Frage Sie sind unter Zeitdruck Worauf müssen Sie achten? Ich bekämpfe das Bedürfnis die Sicherheitsabstände zu unterschreiten Ich bekämpfe das Bedürfnis die Geschwindigkeit zu überschreiten Ich bekämpfe das Bedürfnis die Ampeln auch bei Rot zu überfahren Antwort Ich bekämpfe das Bedürfnis die Sicherheitsabstände zu unterschreiten Ich bekämpfe das Bedürfnis die Geschwindigkeit zu überschreiten Ich bekämpfe das Bedürfnis die Ampeln auch bei Rot zu überfahren Frage Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde und haben 1 Sekunde Reaktionszeit Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? Meter Antwort 30 Meter Frage Was ist beim Abschleppen zu beachten? Abschleppseil Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sein Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 Meter sein Motorräder dürfen nur mit fester Verbindung abgeschleppt werden Antwort Abschleppseil Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sein Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 Meter sein Frage Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht Wann müssten Sie abblenden? Wenn Personen in gleicher Richtung vorausgehen Wenn ein Fahrzeug mit geringem Abstand vorausfährt Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt Antwort Wenn ein Fahrzeug mit geringem Abstand vorausfährt Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt Frage Sie sind mit einem LKW mit Anhänger unterwegs und wollen gefälligkeitshalber eine Person mitnehmen Wo dürfen Sie diese unterbringen? Auf der Ladefläche des Anhängers Auf der Ladefläche des LKW Im Führhaus Antwort Im Führhaus Frage Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben? Ab 30 Kilometer pro Stunde Ab 50 Kilometer pro Stunde Ab 80 Kilometer pro Stunde Antwort Ab 30 Kilometer pro Stunde Frage Gelten die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Ladungssicherung für alle Kleintransporter? Sie gelten nur für Kleintransporter mit offener Ladefläche Sie gelten nur für Kleintransporter ohne Trennwand zum Laderaum Sie gelten für alle Kleintransporter Antwort Sie gelten für alle Kleintransporter Frage Sie fahren mit ungefähr 40 Kilometer pro Stunde Etwa 40 Meter vor Ihnen wechselt die Ampel von Grün auf Gelb Wie verhalten Sie sich? Anhalten Weiterfahren Antwort Anhalten Frage Was kann die Ursache für den Ausfall eines Schlosslichtes sein? Anlasser defekt Glühlampe defekt Sicherung durchgebrannt Antwort Glühlampe defekt Sicherung durchgebrannt Vielen Dank für das Ansehen dieses Video und wünschen Ihnen Ihr Führerscheinwald erhalten Vielen Dank für's Zuschauen Behandlung Gehe Wind parody Herr cái